das wollte ich als kind werden filmregisseur es gab in den 70er jahren filme die mich begeistert haben unter anderem der amerikanische freund von wenders der in hamburg gedreht wurde und zufällig habe ich wenn das bei den dreharbeiten mal beobachten können und dachte damals das wäre genau das richtige für mich zumal das für viele jahre mein lieblingsfilm war das plakat zu dem film hängt auch heute noch in meinem büro ich habe dann sogar ein praktikum gemacht aber sehr schnell gemerkt dass es nicht mein genre ist und bin dann zum journalismus gekommen der beste rat meiner mutter als im herbst 1978 in der zeit einer anzeige erschienen in der für eine neuartige journalistenschule absolventen angesprochen wurden hat meine mutter mich ermuntert mich dort zu bewerben das habe ich getan und gehörte zum ersten jahrgang der henry nann schule ich habe unterschätzte talente als fan vom people magazin und ich würde so gern mal ein klatsch magazin selbst machen können meine heimliche schwäche das sind die green bay packers ein american football team aus wisconsin und geführt von dem größten quarterback aller zeiten aaron rochers dessen porträt auch bei mir im büro hängt mein vorbild als medienmacher das war der gründungschefredakteur von geo rolf winter der hat damals den ton von geo geprägt er hat die große reportage für den deutschsprachigen raum geprägt er hat die dns von geo und damit von der ganzen geo gruppe damals erfunden und auf seinen schultern stehen wir alle auch wir die wir ableger von geo produzieren mit diesem spruch würde ich für mich werben für mich würde ich gar nicht werben wenn dann für geo epoche und dann mit einem spruch den das hamburger abendblatt vor einigen jahren geprägt hat und den ich großartig finde er lautet wenn sie es genau wissen wollen das will ich am tag meiner beerdigung auf keinen fall hören schade dass er schon mit 61 jahren gestorben ist turi 2 tv des branchenfernsehen